hier ist doch auch in so eine quest versteckt die das schloss der gräfin oder so genau die so und jetzt bleiben wir alle zusammen sonst passiert wieder irgendwas uns passiert wieder irgendwie so scheiß tode wie lange dauert eigentlich art 1 nicht mehr lange so wie ich spiele noch lange nee er sowie stöpsel spielt ja und du und schnell zu schnell ja legolas hast du mir schon hast du schon die videos von mir angeguckt nein nein mache ich aber muss ich nachholen und jims dann du schickst mir noch mal dein channel ich habe den irgendwie verbummelt also wo hätte ich nachkommen im let's forum da ist er da ist also geschah es dass die gräfin die 1 im verjüngenden blut von hundert jungfrauen bradete lebendig begraben wurde und ihr schloss das so viele gräueltaten gesehen hatte zerfiel zur ruine nur noch ein einziger turm überragte unterirdisch verließe in der gott verlassenen wildnis wie ein monument des bösen man glaubt dass das vermögen der gräfin unter dem klerus aufgeteilt wurde doch viele sagen dass das meiste sei nie gefunden und schützt ist weg ja ähm toll ähm peinlich ich wollte du kann gerade immer uns speichern ja auch wie ich unterspreche die aufnahme jetzt wir sehen uns gleich wieder zuschauer so so wir sind wieder da stöpsel ist auch wieder da und ja genau hallo ja und ja gut wir sollten jetzt unsere quest ist dass wir die gräfin also diese burg da finden sollen und sie plündern sollen und so ja ja voll geil und so ne 9 9 ich auch nicht wo ist das eigentlich dunkelweil 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 juhu wo ist der weg ich sehe ja kein weg hier vorne hier ok nein doch dahinten wird er weiter ja hier ist eine höhle da kommen wir her hier lag ein goldener gegenstand warte mal ich habe hier irgendwas goldens ja ja kurz noch mal zurück zum lager und kann noch mal kurz meine leiterin james dann machen portal wenn du noch was hast ich habe genug Stöpsel kommt zurück Stöpsel ich kann einfach Stöpsel kommt zurück hier ist ein portal für dich ah warum immer den langen Weg stimmt ok danke jo ich muss mich ein bisschen leise halten ja ohje das Schild ist schlecht das bringt nur 1775 gold ich kann nicht noch mehr tragen ich kann nicht noch mehr tragen super wo ist wo seid ihr wo seid ihr ja wir sind noch im lager und kommen jetzt wieder ok du sagst ey keiner soll vorrennen noch einmal verstanden ja ich hab's nicht mehr auf jetzt 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 ist Jim's dann ganz hinten und May Kay ganz vorne wow witzig heute sind wir äh heute sind wir witzig wieder mal schlechtes deutsch man ich hab sie schon wieder nicht wiederbelebt ey lego ja wie lange hast du noch feiern lego ja wie lange hast du noch feiern wie lange wie lange hast du noch wie lange hast du noch feiern wie lange hast du noch feiern sag das doch gleich ähm zwei wochen ich hab noch fünf wochen feiern dafür hat's dafür hat mir vorher schon ferien wo es ganz warm war hihihi ja und jetzt regnet hier nur da überall haffelol ey das macht ja voll kein sinn dieses special macht gar keinen sinn ja juhu hihihi kales am geilsten abonnent hihihi nicht so ich bin wohl langweilig ich fühl mich jetzt viel stärker gut ja das sagt sie immer bei mir aber noch level 1 ich will auch zum ich will nicht zum loch wo ist das loch das loch machen ja mach mama wir wollen ja nicht sofort alles durchspielen ja genau und beim saschars grab oder wie es hieß gehen wir alle sieben alle sieben gräber durch aber echt dann das jetzt etwas fallen gelassen und ich sehe das nicht oder hat das schon jemand aufgehoben egal also gut ich habe schon immer schnell geld 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 regiert die welt hier ist schon wieder was eingelassen worden ha hallo da wird an ihm das aufnehmen das hallo zauberin hallo ja der ring ist zauberin aufheben den ring da die runde das irgendwas ja zieht das an fertig ich meine ich habe angeklickt und er hat es sofort angezogen so die höhle geht ja wie im spaziergang einfach so durch ja entweder sind wir einfach zu stark oder die sind zu schwach oder beides aber ich glaube keiner der dieses diablo zugesagt hat macht jede einzelne höhle durch außer uns ja genau also die hat überhaupt nicht die grotte gemacht habt ihr morgen zeit oder irgendwie sowas ich denke denken kann ich auch aber wir sollen nicht denken wir sind nachdenken ähm das erfährst du morgen von mir so jungs ich müsste jetzt für 20 minuten weg aber da muss stepp zu schauen weg das heißt wir müssen jetzt aufhören mussten wir das ja warum in der höhle aufhören klar das ist jetzt schlecht wie machen wir das können wir morgen klären ja morgen werden klare gedanken ich weiß nicht so schnell die truhe ja wir suchen schnell noch die truhe die truhe so zuschauer es neigt sich dem ende zu und hier sind überall alle nein sterb gleich kommen so alles gut gemacht alle getötet Oho da ist viel drin Hihi okay also